Also voller Freude präsentieren wir eine unserer neuen Errungenschaften unserer Messfähigkeiten. Nach vielen Jahren der Beschäftigung im Bereich Federnproduktion, nach guter und enger Zusammenarbeit mit dem Verband der deutschen Federnindustrie und auch wirklich inniger Zusammenarbeit mit der Hochschule Wismar, die sich mit dem Thema Rissdetektion, Kaltumformung und In-Process-Messtechnik beschäftigt haben, haben wir uns entschlossen in diesem Jahr eine Applikation herauszubringen, die im Bereich der Federnindustrie eine vollkommen neue Messfähigkeit zur Verfügung stellen soll. Was genau? Wir wollen die Qualität der Kaltumformung und womöglich auch Mikroriss- oder Rissbildung während der Produktion der Feder selber live in der Maschine messen. Genau das ist in den Untersuchungen und Versuchen bestätigt worden. Wie kann man sich das vorstellen? Unsere Domäne ist unter anderem Körperschall. Wir produzieren seit über 20 Jahren hochwertige Körperschallsensoren, die in der Automobilindustrie weltweit eingesetzt werden, um nicht sichtbare Rissbildungen in kalt umgeformten oder auf anders umgeformten Bauteilen zu detektieren. Und zwar inline, in-Process zu 100 Prozent. Einen solchen Sensor ist besonders groß, produzieren wir bei Quas selbst. Der Sensor wird in der Maschine verschraubt mit einem einfachen Gewindevorgang. Der Sensor wird natürlich nicht am Bauteil verschraubt, nicht an der Feder, sondern an einem Maschinenelement. Der Körperschall hat die Eigenschaft, dass er mit hoher Geschwindigkeit und mit höchsten Frequenzen alle verbundenen Maschinenelemente durchläuft. Alles, was die Maschine tut, ist darauf ausgerichtet, die Feder zu formen. Also alle Kräfte, alle Reibungen, alle Effekte sind darauf ausgerichtet, die Feder herzustellen. Also das, was wir hier zum Beispiel vor uns sehen. Der Draht läuft rein, der Draht wird geführt, der Draht muss kalt umgeformt werden, die Werkzeuge kontaktieren, es entstehen jetzt Reibgeräusche und es entstehen innerhalb des Drahtgefüges plastische Umformkräfte. Alle diese Effekte schicken extrem schnelle Schwingungen durch den Draht und durch die Werkzeuge. Also hier können wir eine komplette Messkette sehen. Das Einzige, was man braucht, ist ein Quasssensor, relativ klein, 25 mm Durchmesser, wird an der Maschine verschraubt, ein Messverstärker. Das Messgerät selber kann weiter entfernt positioniert werden, der Auswertercomputer in der Nähe vielleicht der Maschinensteuerung oder wo auch immer. Man kann ein, zwei, drei Sensoren in der Maschine verbauen, je nachdem, was man alles abtasten möchte. Also man kann den einlaufenden Draht dann mit den Sensoren überwachen, die Windestifte überwachen, das, was an der Feder selber passiert, überwachen und natürlich auch das Abschneiden des Drahtes überwachen. Also bekommt man alle Aspekte, die in der Windemaschine passieren, mit dem Sensor geliefert. Der Auswertercomputer bringt alle Schnittstellen mit, die man für die Automatisierung benötigt. Ein Netzwerk natürlich, um die Daten im Firmennetz bei Bedarf zur Verfügung zu stellen, für uns auch um die Remote-Betreuung durchzuführen. SPS-Ankopplungen, Bildschirmankopplungen, also Profibus, Profinet, ganz normale 24-Volt-Schnittstellen, was immer man braucht, um den Prozess zu automatisieren. Was ist das Besondere an der Auswertermethode, die wir bei Quass entwickelt haben und auf die sich die Forscher an der Rundschule Wismar gestützt haben? Der Körperschallsensor funktioniert im Grunde genommen wie ein Mikrofon und nimmt die Schallschwingungen auf. Allerdings im Festkörper sind die Schallschwingungen einfach viel schneller und viel mehr. Das, was man außerhalb der Maschine hört, ist nur ein geringer Prozentsatz der eigentlichen Information. Wir hören halt alles bis zum Beispiel 20 Kilohertz. In der Maschine hören wir aber etwas bis 20 Megahertz, also tausendmal höhere Frequenzen. Und diese Frequenzen können vom Luftschall überhaupt nicht transportiert werden. Aber innerhalb der Maschine ist diese Information vorhanden. Okay, das Mikrofon zeichnet die Information auf. Dabei bleiben wir aber nicht stehen. Dann analysieren wir die Spektren, also die Tonhöhen innerhalb dieser verschiedenen Schwingungen. Und dann wird aus diesem Bild, was man hier oben sehen kann, also wo man ein normales Schwingungsbild eben hat vom Mikrofon, dieses viel aufschlussreichere Bild in der Spektralanalyse. Wir sehen dann plötzlich, wie die Reibemission aussieht. Wir sehen, wie das Abschlagsignal aussieht, also wie es sich über der Zeit verändert, aber auch welche Tonhöhen es einnimmt. Und wir sehen dann plötzlich, es gibt bestimmte typische Frequenzen, in denen Informationen sind. Anhand dieser Frequenzzuordnung können wir unterscheiden, kommt es vom Windestift, kommt es von einer Antriebsrolle, kommt es aus der Feder selbst, hat es was zu tun mit den Strukturfehlern im Draht selber oder hat sich gerade ein Riss gebildet. In diesem Beispiel kann man eigentlich ganz schön sehen, dass es innerhalb dieses Reibsignals, das in der Mitte zwischen den beiden Abschlagsignalen existiert, sich so ein schmales, querliegendes Signal darstellt. Das ist ein typisches Spannungsrissbild, wo sich innerhalb der Feder, während sie kalt umgeformt wird, ein kleiner Riss eben aufgetan hat. Diesen Riss kann man in dem Normalzeitsignal überhaupt nicht detektieren. In der Spektralanalyse aber sehr wohl. Wir fügen natürlich noch verschiedene Analysenmethoden hinzu. Wir legen Hüllflächen über die Signale, um genau zu bewerten, wie verändert sich jetzt das Reibgeräusch durch die Werkzeuge. Und wir trainieren Muster für die Risse, sodass man Standardmuster haben kann, um den Riss auch in so einem Reibgeräusch und im Windeprozess treffsicher detektieren zu können. Dann detektieren wir den einen Riss. Sollte es mehr als einen Riss geben, detektieren wir auch den. Innerhalb von Minisekunden haben wir die Information erkannt, können das an die Maschine melden. Und die Maschine kann selbst bei hoher Taktrate die Federn aussortieren. Oder eine Meldung geben, dass mit dem Material etwas nicht in Ordnung ist und dass man ein größeres Augenmerk auf die Qualität eben jetzt dieser Federn legen sollte. Diese Struktur, die an eine Landschaft erinnert, legt genau das nahe. Also der Windeprozess in einer konkreten Maschine, an einer Feder, kann auch als Fingerabdruck aufgefasst werden. Natürlich unterscheidet sich ein Windeprozess zum nächsten geringfügig, aber im Prinzip sind sie ähnlich und gleich. Also habe ich eine solche Hügellandschaft, was in Wirklichkeit natürlich die Kaltumformung und die Energieumsetzung beim Federnwindeprozess darstellt. Das können wir aber so wie viele andere Bilder oder Emissionen trainieren und die Abweichungen dann auswerten und daraus halt ganz einfach den Zustand des Fertigungsprozesses beschreiben. Hier sind eben jetzt mehrere Windeprozesse nacheinander aufgezeichnet, wie man schon sehen kann. Sie unterscheiden sich geringfügig, bleiben sich aber ähnlich. Wir können dennoch auch sehen, okay, es gibt zu Beginn, zum Ende des Windeprozesses vielleicht leichte Abweichungen und Anomalien. Also alle Aspekte des Windeprozesses werden hochfrequent aufgezeichnet. Hier sieht man jetzt mal eine typische Auswertung der Reitgeräusche bei ca. 200.000 Federn. Und man kann jeden Coilwechsel oder auch einen Werkzeugwechsel erkennen und ablesen. Man sieht die Trendverläufe mit dem Verschleiß der Werkzeuge. Also der gesamte Prozess wird transparent, nicht nur in Bezug auf die Geometrie der Feder, sondern auf das, was in der Kaltumformung innerhalb der Maschine tatsächlich passiert. An der Hochschule Wismar ist an weiteren Themen gearbeitet worden, was sich auch aus dem Forschungsbericht des Verbandes der Federnindustrie entnehmen lässt. Hier zum Beispiel haben wir dann deutliche Risser, deutliche Rissbilder, die mit unserer Spektralanalyse aufgezeichnet und erkannt wurden, die beim Kästen von Federn aufgetreten sind. Nicht in einer Windemaschine, sondern unter Belastungstests. Aber auch bei einem Dauerbelastungstest der Federn kann genau der Moment, in dem die ersten Risse auftreten, detektiert werden. Wartet man mehrere Sensoren an, kann man vielleicht auch schauen, wo genau der Riss sich gebildet hat an der Feder. Und wie man in den REM-Bildern erkennen kann, sind es wirklich sehr kleine Risse, die detektierfähig werben mit dieser Methode. Selbst der kleinste Riss erzeugt ein sehr deutliches Signal im Körperschall. Voraussetzung ist, der Sensor ist gut gekoppelt und er kann messen, aber das ist mit einer einfachen Schraube zu erledigen. Das hier ist tatsächlich ein winzig kleiner Riss, der während des Windeprozesses erkannt wurde. Also in diesem Fall 25 Mikrometer im Mikroskopbild. Und man sieht im oberen Bereich wieder so ein kleines, querlaufendes Signal, was sich dem Reibgeräusch überlagert. Selbst dieses kleine Signal ist mit Mustererkennung und unserer Software treffsicher zu erkennen. Also mit diesem einfachen zusätzlichen Sensor in der Maschine wird es möglich, den Windeprozess zu 100% zu überwachen. Man bekommt einen Messwert oder viele Messwerte für jede einzelne Feder.